Dieser Vortrag wurde von mir am 15.02.2019 im Rahmen eines burschenschaftlichen Abends der Burschenschaft Makomania Wien zu Deggendorf gehalten. Ich will einen Einblick in die Lebenswelt der eisenzeitlichen Germanen geben. Dabei befinden wir uns in einem Zeitraum etwa vom 3. vorchristlichen bis zum 3. nachchristlichen Jahrhundert. Dabei soll mein Schwerpunkt weniger auf materiellen Erzeugnissen und Äußerlichkeiten, sondern soweit rekonstruierbar auf Sitte, Brauch, gesellschaftlichen Werten und Idealen sowie Gemeinschaftsorganisationen und sozialen Strukturen liegen. Damit wird sich der Vortrag quellentechnisch vornehmlich auf Schriftquellen stützen, da aus archäologischen Überlieferungen nur geringfügigste Teile der beschriebenen Aspekte zu rekonstruieren sind. Nichtsdestotrotz sind letztere von enormem Wert, da sie die anzweifelbaren Schriftquellen auf objektive Weise bestätigen oder entwerten können. Die Werke des Tacitus sowie die anderer Autoren der antiken Welt seien hier exemplarisch als Quellen erwähnt. Obwohl viele Aussagen römischer Autoren kongruent mit archäologischen Funden und anderen Schriftquellen laufen, sind viele Details über das Sozialleben nicht eindeutig überprüfbar. Und obwohl es Historikern größtenteils gelingen mag, römische Übertreibungen und Fehldeutungen von der Realität zu unterscheiden, ist das Plenum dazu aufgefordert, die im Folgenden getroffenen Erkenntnisse kritisch wahrzunehmen und gegebenenfalls selbst zu überprüfen und selbst zu interpretieren. Für die Quellenlage und damit auch für diesen Vortrag gilt natürlich wie immer, der Römer ist das Maß aller Nichtrömer. Erster Teil Alltag, Lebens- und Wirtschaftsweise Wie das Leben eines jeden europäischen Volkes zu dieser Zeit, war auch das Germanische sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Ähnlich wie im Mittelalter waren 90 bis 95 Prozent der Arbeitskräfte landwirtschaftlich tätig. Hierbei sei allerdings angemerkt, dass der freie Germane keine Abgaben zu entrichten hatte und keine Lehnsdienste leisten musste, womit ihm mehr Zeit und Kraft für andere Tätigkeiten blieb als den Bauern des Mittelalters. Das Mittelalter ist allerdings kein schlechter Orientierungspunkt für die germanische Landwirtschaft, denn die ländliche bäuerliche Lebensweise hatte sich im ersten Jahrtausend nur wenig verändert. Mitunter, weil es keine stammesinternen Steuern und Abgaben gab, war die personelle Arbeitsteilung in der germanischen Welt relativ gering. Der Bauer war zugleich Krieger, Jäger und Handwerker. Natürlich gab es spezialisierte Berufe, vor allem was Bergbau und Metallverarbeitung anging, doch in der tributfreien Gemeinschaftslandwirtschaft blieb für den Einzelnen genug Zeit, auf Jagd zu gehen, Dichter und Musiker zu sein oder ein guter Kämpfer zu werden. Zumal alle diese Tätigkeiten gemeinschaftlich durchgeführt wurden. Die Idee des isolierten Vollzeitspezialisten, der gegen Lohn arbeitet, war noch sehr wenig ausgereift. Tacitus berichtet, dass die Germanen ihre Freizeit besonders gerne mit der Jagd verbrachten. Das ist durch zahlreiche archäologische Funde belegt und ergibt vor dem Kontext einer relativ ursprünglichen Lebensweise auch viel Sinn. Es wird mehrfach berichtet, dass die Germanen gerne und oft Feste und Gelage abhalten und trinklustig sind. Dabei gilt Maßlosigkeit jedoch als schändlich. Auch wird ihre Hingabe und ihre Neigung zu Musik, Speise, Trank, Gesang, Brett- und Würfelspiel sowie allgemein zu gemeinschaftlichen Tätigkeiten betont. Dies mag ein Ausgleich für die sonst sehr isolierte und ungesellige Siedlungsweise sein, die römische Autoren oft ansprechen. Man wohnt mit großem Abstand zueinander und ist gerne unter sich, kommt aber auch gerne zusammen. In diesem Kontext wird das Bedürfnis nach Eigenständigkeit demnach Geselligkeit übergeordnet. Die Germanen pflegten ebenfalls eine intensive Wettbewerbskultur. Von sportlichen Wettbewerben über handwerkliche bis hin zu Rätsel- und Denkaufgaben. Auch Wort- und Reimgefechte sowie Schönheitswettbewerbe unter Frauen sind überliefert. Pferden weisen sie eine große kulturelle und spirituelle Stellung zu, das Reiten gilt als angesehene Kunst. Pferdezucht ist daher verbreitet. Die germanische Landwirtschaft wird gemeinschaftlich organisiert. Je nach Region wird mal mehr, mal weniger Viehzucht betrieben. Diese ist jedoch dominanter als bei Nachbarvölkern. Vieh, vor allem das Rind, gilt als ultimativer Wohlstandsindikator und ist der Rettungsanker der gesamten Wirtschaft, da es gegen Ernteausfälle und harte Winter relativ immun ist. Tacitus beschreibt, dass die Germanen Zitat Was aus germanischer Sicht selbstverständlich erscheint, für den Römer jedoch ein Unverständnis darstellt, da dessen stark marktorientierte und arbeitsteilige Wirtschaft auf Profitmaximierung und damit auch Effizienzsteigerung ausgelegt ist. Diese Ansprüche hatte der Germane scheinbar nicht. Er produzierte dennoch mit Bedacht, legte Vorratsgruben an und war es durch den harten Winter gewohnt, vorausschauend zu handeln und fleißig zu wirtschaften. Dennoch machte er sich, anders als der Römer, nicht die Mühe, unwirtschaftliches Land im großen Stil urbar zu machen und die Erträge zu steigern. Die germanische Wirtschaft erzielte damit im Schnitt weniger Ertrag als die römische. Auch in einigen landwirtschaftlichen Methoden war die Mittelmeerwelt deutlich voraus. Auch Rodungen waren selten, während der Römer in großem Stil Wälder abholzte. Die Germanen praktizierten keine Sklaverei. Die Idee, Menschen in Besitz umzuwandeln, war sittenwidrig und widersprach ihrem Freiheitsideal. Doch sie hatten stellenweise ein System der Leibeigenschaft. Ein Leibeigener war in jeder Hinsicht wie ein freier Mann, hatte jedoch eingeschränkte stammespolitische Möglichkeiten, war an die Scholle gebunden, das heißt durfte nicht vorziehen und musste einen Teil seiner Produktion an seinen Herren abgeben. Wie einigen von ihnen sicher auffällt, ist dieses System nahezu deckungsgleich mit dem der mittelalterlichen Leibeigenschaft. Denn letztere wurde nahezu unverändert aus germanischer Zeit übernommen. Nur, dass in dieser germanischen etwa 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung Leibeigene waren und man nur durch Schuldlast, Gerichtsstrafe oder Kriegsgefangenschaft zum Leibeigenen werden konnte. Während Karl der Große und die christliche Mission im Frühmittelalter kollektiv die gesamte Bevölkerung in Leibeigenschaft zwangen und diese erblich und unausweichlich machten. Auch die Verwendung von Münzgeld hielt nur sehr langsam und mühsam Einzug nach Germanien. Der Handel an der römischen Grenze brachte stellenweise das Geld in Gebrauch, im Hinterland betrieb man in gewohnter Weise Tauschhandel. Diese Tatsache ist archäologisch gut nachgewiesen. Während in den Grenzgebieten am Rhein und der Donau noch römische Münzen zu finden sind, verschwinden diese im Hinterland, wo man zwar römische Waren, aber kein Geld findet. Diese Germanenstämme scheinen also dem Geld grundsätzlich abschätzig gegenüber gestanden zu haben, auch im Binnenhandel mit anderen Germanen. Tacitus bewertet diese geldlosen Zustände als großes Glück, da er die Auswirkungen von Zinswirtschaft und Inflation im römischen Reich beobachten konnte und kritisieren lernte. 2. Rang, Status und Adel Natürlich gab es Grundbesitz und natürlich auch Eigentum und Erbschaft. Daher entwickelten sich natürlicherweise wohlhabende Rezippen. Diese meist angestammten und alteingesessenen sowie wirtschaftlich reichen und damit auch angesehenen Familien nannte man Adel. Das Wort ist mit dem deutschen Adjektiv edel verwandt und ebenso mit der 24. Rune des älteren Runenalphabets, der Odalenrune, welche so viel wie Erbbesitz, Erbland oder Besitz bedeutet. Im Wort Kleinod, das einen wertvollen Gegenstand beschreibt, ist dieser Wortstamm auch enthalten. Der Adel war allein durch seine herausragende wirtschaftliche Situation bestimmt, nicht etwa durch Privilegien und Herrschaftsrecht. Ähnlich wie im antiken Griechenland war mit dem Adel auch der Anspruch an Gemeinnützigkeit verbunden. Der Adel wetteiferte untereinander um Ansehen und Ruhm, indem er Feste für die Allgemeinheit veranstaltete oder seinen Toten prunkvolle Grabhügel errichten ließ. Durch Reichtum entsteht immer Machtpotenzial. Dennoch war der Adel in keiner fassbaren Weise rechtlich privilegiert. Der Status Adelig war auch nicht erblich, sondern lediglich ein Synonym für reich und angesehen. Dass bei Ting-Versammlungen den Angesehenen und Reichen mehr Beachtung und Zustimmung erbracht wurde als den Armen und Unbedeutenden, ist dagegen Tatsache. Erbliche Machtstellungen gab es bei den meisten Stämmen nicht. Es wurde den Männern bei der Volksversammlung, Zitat, entsprechend ihres Ansehens, Alters, Kriegsruhms und ihrer Rednergabe mehr oder weniger Gehör geschenkt. Die Aussagen Adeliger oder des Königs, zu diesem Ehrentitel komme ich im Anschluss, haben dabei mehr Gewicht, jedoch nicht, weil diese die Macht hätten zu befehlen, sondern weil man ihrem Rat mehr Bedeutung zuweist. Zitat Ende Hier sei angemerkt, dass der Respekt der Bevölkerung gegenüber Schlachtenruhm, Reichtum und Ansehen auch stark dahin rührt, dass man in all diesen Dingen Manifestation von objektiver, göttlicher Gunst sah. Der siegreiche Krieger musste von den Ahnen und Göttern begünstigt sein, ebenso der wohlhabende und sorgenlose Grundbesitzer. Demzufolge musste sein Wort auch mehr bedeuten. Macht und Ansehen waren also gewisserweise natürlich erwachsen und nicht durch ein politisches System konstruiert wurden. Der Adel konnte seinen Rang verlieren, sobald er verarmte. Ebenso konnten Kriegsruhm und Ehre verloren gehen, wenn es den entsprechenden Stammesmitgliedern an diesen Qualitäten mangelte. Mit dem Wort König verbinden wir heute einen feudalen Monarchen. Tatsächlich hatte der Titel ursprünglich religiös-kultische Bedeutung. Diese findet sich in zahlreichen Traditionen bis heute wieder, so im britischen May King oder auch in der Tradition des Drei Königskuchens, des Schützenkönigs und so weiter. Königtum war ursprünglich eine göttliche Auszeichnung, die mit zeremoniellen Handlungen und Feiertagen verbunden war, nicht mit politischen Privilegien. Könige stellten in heidnischer Zeit damit gewisse Handlungsträger und Schlüsselfiguren dar, ähnlich den Priestern. Dieser Reichtum an Zeremonie und Symbolik blieb bis in die Zeit der Feudalkönige erhalten, wenngleich die Herrscherautorität ursprünglich nicht Teil des Königstitels war. Die spirituelle Bedeutung der germanischen Königswürde erleichterte es jedoch den Christen, den eigentlich unpolitischen Titel für die von ihnen eingeführte gottgegebene Herrschaft umzuwandeln. Es ist bekannt, dass einige germanischen Stämme zeitweise Oberhäupter mit Herrschergewalt hatten. Diese werden jedoch bei weitem nicht immer König genannt worden sein, sondern wurden oft anders betitelt. Naheliegend ist etwa die Bezeichnung Fürst, was ja nichts anderes bedeutet als der Erste. Die Verknüpfung von Herrschergewalt mit religiöser Legitimation war jedoch in fast allen Kulturen weltweit seit Urzeiten gegeben. Dritter Teil Sozialstruktur Ehe, Sippe, Stamm Diesen Teil möchte ich mit einem Zitat aus Tacitus Germania einleiten. Zitat Er erwähnt mehrfach die Heiligkeit der Ehe bei den Germanen. Zitat Die aus der Römerwelt bekannten Verlockungen, Gelage, Liebesbriefe, Prostitution und Orgien erwähnt Tacitus als zum Glück der Germanen gänzlich nicht existent. Ehebruch gilt als so gewaltiger Sittenbruch und so große Schande gegenüber der Sippe, dass Ehebrüchige nie wieder Lebenspartner finden. In germanischer Selbstverständlichkeit hat man neben einem Leben und einer Seele auch nur einen Gatten. Ob es Stämme gab, bei denen dies auch die Wiederverheiratung von Witwen verbot, ist schwer zu sagen. Ich will mit einem weiteren Zitat aus der Germania fortfahren. Zitat Auch was die Erziehung angeht, will ich mich nahe an Tacitus halten, der die Germanen diesbezüglich sehr bewundert, ohne dass dies von Historikern etwa als Übertreibung und Schwärmerei gewertet würde. Zitat Man hat mit Eheschließungen keine Eile und junge Männer wie Mädchen bleiben lange keusch. Julius Cäsar beschreibt, dass dies bewusst geschieht, weil die Germanen darin die Ursache ihrer Kraft säen. Sippe und Blutsverwandtschaft sind für die Germanen das elementare Gesellschaftsprinzip. Erbschaft und Rechtsnachfolge sind ausnahmslos daran ausgerichtet. Gesunde und zahnreiche Kinder gelten als höchstes Glück und göttliches Geschenk. Auch Feindschaften und Freundschaften sind strikt über Blutsverwandtschaft erblich. Dieses Prinzip findet sich in vielen Sagen und Legenden wieder. Das Nibelungenlied sei ein Paradebeispiel, ebenso die Schilderung der homerischen Eben. Schließlich ist dieses Sippenbewusstsein kein allein germanisches Phänomen, es trifft auf praktisch alle ursprünglichen Gesellschaften in ähnlicher Weise zu. Sippenzugehörigkeit, Abstammung, Verwandtschaft und Ahnenverehrung haben in jedem Aspekt des germanischen Lebens größte Bedeutung. Die größere Sippe ist der Stamm. Die Angehörigen eines Stammes führen sich auf gemeinsame Abstammung zurück und sehen sich daher als weitläufige Verwandte. Als Stamm galt in der Regel ein Zusammenschluss aus Sippen gleicher Abstammung, die gemeinsam Beschlüsse fassten und damit einen rechtlichen Raum bildeten. Das Ting, die Volksversammlung, war damit der Schlüsselpunkt der politischen Stammesdefinition. Wenn sich mehrere Ting-Gemeinschaften dauerhaft zur gemeinsamen Heerfolge verbündeten, wird meist von Stammesverbänden gesprochen. Die Namen dieser Verbände kennen wir zumindest latinisiert aus römischer Überlieferung. Cheruska, Friesen, Rugia, Quaden und so weiter. Sie waren jedoch innenpolitisch, subsidiarisch organisiert und bestanden aus zahlreichen kleinen Gemeinschaften. Ähnlich wie im wikingerzeitlichen Island belegt, kann angenommen werden, dass in größeren Abständen auch zentrale Alltings gehalten wurden, bei denen dann Vertreter der kleinen Gemeinschaften zusammenkamen. Es gilt als frühgeschichtliches Grundwissen, dass sich die zahlreichen Stämme der römischen Kaiserzeit, jene, die ich gerade in Beispielen erwähnte, im Laufe der Jahrhunderte zu noch größeren Stammesverbänden entwickelten, die wir aus der Völkerwanderungszeit kennen, also Sachsen, Franken, Markomannen und so weiter. Diese sogenannten Großstämme waren jedoch weiterhin subsidiarisch regiert und bestanden immer noch aus kleinen Teilstämmen, die sich aber militärisch und außenpolitisch zusammenschlossen und damit einen schlagkräftigen Verband bildeten. Im Kern wurde die autonome Selbstverwaltung jedoch nie aufgegeben. Das änderte sich erst später mit der Einführung des Feudalrechts. Da Tacitus diese detailliert und betont hervorhebt, will ich noch ein Wort über die Gastfreundschaft der Germanen verlieren. Er schreibt hierzu, Zitat Es gibt kein Volk, das der Geselligkeit und Gastfreundschaft mit solcher Hingabe huldigte wie die Germanen. Es gilt als Schande, einem Menschen sein Haus zu verschließen, wer es auch sei. Jeder empfängt ihn mit einem reich zubereiteten Male, den wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprechend. Im Gastrecht macht man keinen Unterschied zwischen Bekannten und Unbekannten. Es ist Brauch, dass man dem abschiednehmenden Gast etwas schenkt und umgekehrt. Sie freuen sich über die Geschenke, aber sie rechnen die Gaben nicht nach und fühlen sich durch sie in keiner Weise verpflichtet. Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende